Drei Schaden. Ja, ich hab gewollt! So, damit willkommen zu einer neuen Runde. Ich versuche mich in der, ähm... Wie heißt denn das? Wollen wir mal? Einem Solo-Abenteuer. Und zwar Naxxramas Hero. Weil ich bin noch nicht weitergekommen. Mit hier, Maxxnar. Und ich hab ein neues Deck. Versuch's mit dem Paraloo. Wollen wir mal schauen. Im Kosmos rückt so lang wie ein Ball. Naja, okay. Das ist ja los. Drei, zwei, drei. Ja, also es könnte interessant werden. Ja, brauchst du nicht. Nix, ging nix. Was noch nicht darin liegen. Du musst den Ball finden. So, geh mal Ball suchen. Musst du den Ball suchen? Ich versuch's nur, du suchst. Ich rede mit dir. Cosmobile. Oh mein Gott. Okay. Oh ja, das... So. Nein. Okay, ich hab ja... Ja, da muss ich noch ne Runde gehen. Ach. Oh. Drei, Schlam. Gib mir nicht kurz. So. Das war's. Ja, dann lass dich noch hin. Du solltest doch sterben! Ach, Angriff! Oh, ich bin noch... Na gut. Na gut, ich kann nichts mehr machen. Nicht gut. Nicht nachdenken. Hm? Ach, Scheiße! Ach so. Ja, das wäre cool, wenn die jetzt Ansturm bekommen. Drei, sechs, sieben, acht, neun. Ja, das reicht. Okay, aber wenn ich gleich hochfeilen kann... Ach, ich kann mich hochheilen. Zwei, zwölf, sieben. Uff! Ohne dass ich was ausrichten kann. Geht sogar gar nicht. Nicht so viel Mana mehr. Scheiße! Oh, Menno! Das ist doch kacke! Ich hab schon verloren. Nochmal! Okay, okay, okay! Ich hab einen! Nein, die, die, die! So, weg. Ich guck die Anspurren. Oh, ich guck die Anspurren. Ich guck die Anspurren. Ich guck die beiden Doktorinnen als erstes. Okay, das ist überhaupt gut. Tadam! So. Ich darf auch nicht zwei Schaden machen, weil ich kann nicht wieder zwei Hilf rein. Einmal heilen. Nimm ich den, damit ich die große Angreifen kann. Ich hoffe das klappt. Okay, das ist sehr gut. Den lassen wir einfach heilen. Okay, ich hab ne Idee. Wenn ich den da drauf packe. Ja. Ich hoffe. Sag mal, wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Oh, ich bin so blöd schon wieder! Angriff! Oh, wie blöd war das denn? Das ist ja so blöd, dass ich jetzt gar nicht mehr hochladen kann. Nein, kack. Aber das wär so ein guter Plan gewesen. Jetzt wird die Karte verschicken. Scheiße. Na gut, mit dem kann ich auch noch leben. Dann machen wir den tot und dann ist das Spiel voll mit einem. Sehr schön. Okay. Okay. Tada! So, perfekt! Noch heilen. Und... Sicher! Nee, wenn ich den nicht striele, könnte ich den Ball nicht mehr. Nee, ich würde wieder haben! Okay, 1,2,3,4,5,6. Kann nur 6 Schaden machen und ich kann mich nur 6 hochheilen. Na perfekt, oder? Naja... 6 kann ich erst später auch nicht heilen. Der macht pro Runde vier Schaden. Wir müssen sie heilen. Gut. Wir müssen siehe. Oh, was? Was ist das? Was ist das? Ich könnte mehr Heimung gebrochen. Mehr Heimung. Sehr schön. Oh, feck. Für den König! Okay, wo geht man? Ich habe nicht genug Mana. Oh! Für Ehre! Oh nein! Ich will mich doch heilen! Fehlt ein Verlegen. Nicht so schnell. Ja! Sehr schön! Für die Gerechtigkeit! Ein Schuss, ein Mann. Ich glaube, ich gewinne. Ich nehme mich den. Tada! Den. Oh Gott, jetzt ist es gar nicht mehr so schwer. So, jetzt könnte ich mich nochmal heilen. Oder nochmal einen Schaden heilen. So eine Waffe ist Schrott. Ja, aber es war eigentlich Glück, ne? Mit denen. Meistens spielt er nämlich so eine Fiesen. Hahaha, geil! Ich muss ihn nochmal heilen. Ja, ich muss mich erstmal hochheilen. Ja. 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 Angriff, Angriff, nicht lehnen. Cool, er kriegt keinen Garten mehr. Cool. Cool. Hat jemand den Arzt gerufen? Ich will halt nichts riskieren, ne? Deswegen, Astro-Gut kann ich ja auch noch machen. Warte mal, reicht das? Sieben, sieben. Hier. 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 Gleich ist es. Ja. Meine Hand ist zu voll. Oh, scheiße. Hat jemand den Arzt gerufen? Für die Gerechtigkeit. Achso, ich debb. Ich kann auch den nehmen. Nein, 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 nein. Für den König. Hat jemand den Arzt gerufen? Für ihn. Für die Gerechtigkeit. Ich hab die Karte. Nein. Meine Hand ist zu voll. Nein! Ich hab dich gebraucht. Gerechtigkeit. Hat jemand den Arzt gerufen? Meine Hand ist zu voll. Voll blöd. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ein Schuss. Ein Ball. So, jetzt krieg ich wenigstens eine neue Karte. So. Drei schon. Hat jemand den Arzt gerufen? Für den König. Für Ehre. Meine Hand ist zu voll. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren kann. Ich weiß nicht, ob ich es ist. Dann kannst du nicht so gut machen. Aber schau mal. Oder schau mal her! Nein. Das ist ja nicht so schlimm. Na gut, einen kann ich. Meine Hand ist zu voll. Ich rischiere es, okay? Obwohl, dann kommt ja hier dieser scheiß Vierer, ja gut, den kann ich dann noch einsetzen, aber was kommt dann? Nachher fahr mal süß. Ne. Ne. Wenn du über die langweilige Variante. Gerechtigkeit. Hat jemand den Arzt gewissen? Ich meine, wenn ich so weitermache, gewinne ich auf jeden Fall. Das ist halt ein bisschen lang. Mathematisch gesehen. Meine Hand ist zu voll. Ja, noch sind drei, jedenfalls sechs Karten. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ein Schuss. Ein Raster. Meine Hand ist zu voll. Tschüss. Haben wir hingehen voll die guten Karten? Hm. Nicht mit mir. Ich wollte den dann. Ich muss... Okay, ist vorbei. Gerechtigkeit. Ich dachte, ich kann den Gotteschild geben und dann alles... ...Damage raushauen. Egal, irgendwie nichts. Meine Hand ist zu voll. Gerechtigkeit. 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 Meine Hand ist zu voll. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ich mach's fertig. Ich will einfach endlich die Belohnung haben. Meine Hand ist zu voll. Achja, die gab's ja auch noch. Ja, ihr könnt ruhig vorspulen, davon seht ihr es nicht mehr zuviel. Naja, gut, doch. Gleich gibt's Damage durch Kartenverlust. Ne, warte mal. Zwei, vier, fünf... Jetzt mach ich das. Ach, ich hätt das Feuer auf Eins setzen sollen. Depp! Naja, einmal da vor der Nacht. Wenn er gleich die Karte spielt, dann wird das Reviso auf Eins gewählt. Dann kann ich den kaputt machen. Oh, der kann es reichen. Ich habe drei Karten mehr. Oh nein, es war... Ach so. Ich habe beide rausgehauen. Ja, ich habe gewollt. Ach, warte mal. Drei Schaden. Ich habe es geschafft. Mit meinem Paladin. Unmöglich. Dieser Kampf ist doch nicht zu sein. Sehr gut. So, was ist jetzt Belohnung? Belohnung, Belohnung, Belohnung. Hallo? Belohnung? Wie, keine Belohnung? Wieso gibt es keine Belohnung? Verarschen? Hä, habe ich jetzt zu lange gewartet und deswegen gibt es keine Belohnung mehr, oder was? Wieso das denn? Ich bin gerade ein bisschen... Guck, da sind Kissen drin. Oh, wie doof ist das denn? Ich dachte echt, es gibt eine Belohnung. Keine Kissen. Wozu soll man das denn freikaufen? Na gut, ich werde mal nachforschen, ob man mindestens irgendwann was kriegt. Voll gut. Na gut, tschüss!